Hi und herzlich willkommen zurück hier bei MRTV. Willkommen zurück hier zum Pimax Giveaway. Das ist jetzt zu Ende gegangen und wir werden jetzt gemeinsam herausfinden, wer die Pimax Crystal gewonnen hat. Bevor wir dazu kommen, erstmal nochmal eine kleine Erinnerung. Was ist Try My Tech? Try My Tech ist mein neues Projekt, wo es darum geht, dass ihr euch mehr VR-Brillen angucken könnt, bevor ihr die kauft. Beziehungsweise die andere Seite, dass wenn ihr ein Headset habt wie die Crystal, könnt ihr es anderen Leuten gegen eine Gebühr zeigen. Also quasi sowas wie Airbnb, aber für Tech-Gadgets. Genau das ist Try My Tech, ist momentan noch in der Beta-Phase, aber so langsam kommen wir aus der Beta-Phase raus und ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Und dann habe ich noch eine kleine Erinnerung für euch. Und zwar Pimax ist auf der Suche nach Experience Provider. Also die eine Pimax Crystal gerne zeigen würden. Und dafür würden sie euch das Gerät auch ausleihen für einen längeren Zeitraum. Das Einzige, was ihr quasi machen solltet, ist die Crystal zu zeigen bei euch zu Hause. Und zwar gegen eine geringe Gebühr für 10 Euro. Und dann immer, wenn jemand sich für 10 Euro die Crystal anschaut, gibt euch Pimax nochmal 25 Dollar und das Geld, was sich da anhäuft, damit könnt ihr dann die Pimax Crystal auch wirklich dann kaufen und behalten. Also ein ziemlich cooler Deal. Und einige sind schon rausgegangen an Leute, an euch, an einige von euch, was cool ist. Aber sie sind immer noch bereit, noch mehr Crystals rauszugeben. Und zwar besonders an Leute, die im Süden Deutschlands wohnen. Denn da haben wir momentan noch eine Schwachstelle. Also wenn ihr in München wohnt oder in Augsburg und da in der Gegend, dann große Chance für euch, eine Pimax Crystal zu bekommen. Wenn ihr bereit seid, sie zu zeigen bei euch zu Hause und wenn ihr ein starkes System habt, am besten 40,90. Also auf jeden Fall bewerben. Wie ihr euch darum bewerbt, das schreibe ich euch nochmal unten in die Beschreibung dieses Videos. So, das waren die Erinnerungen und jetzt geht es zur Verlosung dieser Pimax Crystal. Und hier sind wir im Backend von Gleam.io und jetzt hier Draw. Das heißt, wir ziehen jetzt den Gewinner oder die Gewinnerin und hier nochmal Draw. Und der Gewinner ist Stettner Christian aus Hungary, aus Ungarn. Ja, cool. Herzlichen Glückwunsch, Christian Stettner aus Ungarn. Die Crystal wird sich bald auf den Weg zu dir nach Ungarn machen. Und er hat gewonnen, indem er die Bonuspunkte eingesammelt hat, indem er alle Aktionen durchgeführt hat. Congrats! Die Crystal geht also nach Ungarn an Christian Stettner. Glückwünsche an Christian. Und Christian hat gewonnen, weil er alle Aktionen durchgeführt hat und deswegen einen Bonus bekommen hat. Also, wenn es demnächst hier wieder auf MRTV irgendwelche Gleam-Giveaways gibt, einfach alles würde ich machen und dann die Bonuspunkte abkassieren. Denn, ja, das lohnt sich auf jeden Fall und die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen ist nochmal höher. Also, Glückwunsch an Christian Stettner in Ungarn. Jo, und das war's. Das war's für dieses Video. Und nochmal die Erinnerung, absolut euch für eine Crystal bewerben. Wie es geht unten in der Beschreibung, gerade wenn ihr im Süden Deutschlands wohnt. So, das war's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte den Daumen nach oben nicht vergessen. Diesen Kanal abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und, ja, ich freue mich, euch in den Kommentaren wiederzusehen und im nächsten Video. Bis dann, macht's gut. Tschüss! 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 Vielen Dank.